Musik 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 Aber es war ein Faktor, Frau Schottklamm. Ich möchte mich im Namen meiner Familie ganz herzlich bedanken, dass wieder mal so viele Zuschauer hier sind in Brunfurt. Das ist jedes Jahr eigentlich dasselbe. Wir haben hier eben das Winterquartier und dann, wenn es im Frühjahr wieder losgeht, kann man sich eigentlich immer darauf verlassen, dass wir einen guten Start haben, den wir natürlich auch bitter nötig haben nach dem langen Winter. Kann sich ja jeder vorstellen und wir natürlich auch froh sind, dass die Saison endlich losgeht. Und dann mit so einem guten Publikum und so einem guten Start anzufangen, das geben wir natürlich Mut für die ganze Saison. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Dankeschön. Wenn Sie dieses Feld verlassen und das Geschehene zusammenfassen, dann müssen auch Sie sich eingestehen, dieser Zirkus darf niemals untergehen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.